moin und hallo willkommen auf meinem kanal ich bin hermann und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt weiter geht es auch im dritten teil mit der e-seeker ig 400 und ig 600 sowie mit der cool life h 8201 mit dual linsen eine für tag und eine für nacht die ig 600 hat auch dual linsen und der vorteil von dieser bauart ist dass es keine klickgeräusche gibt beim wechseln in den tag und nacht modus der kamera und andersherum da in diesen gezeigten 14 tagen einiges an video material heraus kam habe ich mich entschieden diese in drei videos zu verarbeiten da haben wir mal einen anderen aber nicht zu seltenen vertreter des waldes der kleiber oder auch specht meise genannt nutzt den umgekippten baum auch für seine nahrungssuche wir sind hier noch anfang märz und das frische grün lässt noch etwas auf sich warten die tiere haben bei uns im norden zwar noch genug zu fressen gefunden über den winter da es nur ein paar tage schnee gegeben hat aber so langsam könnte es doch mal etwas frisches geben vor ein paar tagen war ich im wald und habe die kameras gewechselt und da zeigte sich schon das erste frische grün und die vorboten für den frühling so Hier hatte ich erst die Vermutung, dass ich einen Wolf vor die Kamera bekommen habe, aber es scheint nur ein großer Fuchs zu sein. Dies war einer der wenigen Tage mit Schnee, der tagsüber aber auch schnell wieder weg gewesen ist. Bis Ostern sind noch ein paar Tage und da kann es immer noch mal etwas von oben geben, wenn man es eigentlich um diese Jahreszeit nicht mehr wirklich braucht. Auch diese Vierbeiner habe ich ab und zu vor der Kamera ohne ihre Zweibeiner und ohne Leine. In Schleswig-Holstein zum Beispiel gilt übrigens ein Laienzwang. Sollte ein Hund im Wald frei laufen, droht dem Besitzer bis zu 5000 Euro Strafe. Aber nicht nur deshalb ist Vorsicht geboten, denn ein Jäger darf einen wilder Hund erschießen. Hier haben wir den interessierten DAX wieder. Ich nehme an, es ist immer derselbe, der das komische Ding noch einmal genauer untersuchen muss. Hoffentlich bekommt er eine meiner Kameras nicht abgebaut. Es wird demnächst noch mehr von ihm zu sehen sein, da er sich in den letzten Zeiten sehr oft an dieser Stelle gezeigt hat. Also seid gespannt auf die nächsten Videos. Mit diesen Aufnahmen von Hansemann, wie DAX1212 immer so schön sagt, auf plattdeutsch Cateca genannt, beende ich dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Wer neu hier ist, lässt gerne ein kostenloses Abo da und damit ihr nichts mehr verpasst, drückt auch auf das kleine Glöckchen. Dann heißt es für mich, wie immer, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.